meine lieben ich schicke euch sonnige grüße es freut mich sehr dass ihr jetzt hier bei mir seid in dieser legung geht es um die gefühle und die gedanken deines gegenübers aber es wird auch einen zukunftsausblick geben mit deinem gegenüber und dir ich schaue für dich in die karten du schaust ob du mit dieser legung in resonanz gehen kann wenn du magst kannst du diese legung die noch mal anschauen falls irgendetwas unklar geblieben ist ja du kannst dir diese legung auch zwei drei tage später noch mal anschauen wäre gut falls zum beispiel sich irgendetwas was ich hier gesagt habe bewahrheitet ja falls zum beispiel irgendetwas sich erfüllt und dann kannst du mir natürlich auch noch einen kommentar schreiben aber ich würde mich natürlich auch über ein kommentar freuen von dir wie du diese legung gefunden hast ob du dich wieder gefunden hast ob das hier dein gegenüber ist ja ob das hier eine legung für dich ist die fünf der schwerter weil das sind jetzt die gefühle von deinem gegenüber der eremit der ritter der schwerter und die sechs der münzen ja ich habe hier dein gegenüber so ein bisschen zurückgezogen ja hat vielleicht besteht zwischen euch kein kontakt kann sein ich habe hier den eremiten das ist auch rückzug das ist vielleicht überhaupt gar keine kommunikation vielleicht aber nur ein bisschen es kann aber auch sein dass ihr miteinander zu tun habt aber dann merkst du oder hast schon gemerkt oder wirst merken dass dein gegenüber irgendwie abwesend ist dass er oder sie nicht so ganz da ist ja das ist die suche dein gegenüber ist auf der suche nach irgendetwas vielleicht sogar nach sich selbst nach einem ausweg nach einem plan und ich habe das hier so der gegenüber fühlt fühlt sich zu dir hingezogen das muss ich schon sagen ja aber irgendwie hat man das gefühl hier nicht das erreicht zu haben was man sich vorgestellt hat oder was man sich vorgenommen hat ja das gefühlte dein gegenüber ja es ist schon hier so mit dir okay aber es könnte besser laufen es könnte besser sein wir könnten zum beispiel enger beieinander sein ist da irgendetwas vorgefallen zwischen euch beiden weil ich habe das hier so dass da eventuell irgendetwas im raum steht irgendetwas zwischen euch steht und dein gegenüber fühlt das da ist etwas was zwischen euch steht es kann auch die entfernung sein ja das kann hier auch so sein dass das ihr sehr weit auseinander wohnt kann aber auch eine emotionale entfernung sein vielleicht hast du noch jemand anderen hast du noch jemand anderen im herzen kann sein dass dein gegenüber sich vor kurzem getrennt hat dass diese person noch oben wo da existiert das kann auch zwischen euch stehen so habe ich das hier in den karten dein gegenüber hat also wenn bei deinem gegenüber da noch irgendjemand ist ich muss das hier schon sagen dein gegenüber hat schon gefühle noch für diesen menschen aber diese gefühle sie zwingen ihn nicht mehr zu diesen menschen hin also die durch diese gefühle fühlt sich dein gegenüber nicht mehr zu diesen menschen hingezogen ja sondern das gefühl haben ich habe hier so dein gegenüber möchte mit dir kommunizieren möchte mit dir hier einige sachen klären möchte vielleicht sich erklären möchte etwas erklären möchte dir etwas sagen etwas erklären als dein gegenüber hat das gefühl dir etwas sagen zu sollen ja das ist hier sozusagen so ein drang wenn kein kontakt besteht wenn ihr euch vielleicht auch getrennt habt das kann hier auch so sein ja dass ihr nicht mehr zusammen seid das kann auch hier so sein der grund kann natürlich auch jemand anderes sein muss aber nicht und ja dein gegenüber ist hier so ein bisschen hat sich isoliert ja ich habe hier so ein bisschen die gründe genannt warum diese isolation hier ist und dein gegenüber fühlt jetzt dass er aus dieser isolation herauskommen muss das ist ein drang so geht es nicht weiter vielleicht so in diese richtung oder ich muss jetzt das sagen was mir auf dem herzen liegt ich bin hier zu irgendeiner erkenntnis gekommen und deswegen muss ich jetzt kommunizieren und dein gegenüber hat das gefühl dass das jetzt einfach sein soll sein muss diese kommunikation mit dir und ich habe das hier so dass diese kommunikation dann gegenüber hofft ja das ist hier so eine hoffnung so inneres gefühl dass durch diese kommunikation viel vieles wieder auf vordermann gebracht werden wird nicht kann sondern wird durch diese kommunikation dass wenn ein gegenüber auf dich zukommt wieder ja dass das möchte er oder sie denn gegenüber will es unbedingt sieht auch diese dringlichkeit es muss jetzt sein weil was was soll das das bringt nichts ja diese kommunikation hier kann auch hier ein bisschen schwierig sein kompliziert ja vielleicht ist es so ein bisschen schwieriges thema was auf den tisch kommen wird oder soll dein gegenüber hat so das gefühl dass das vielleicht für dich nicht einfach ist mit ihm oder ihr so zu kommunizieren darüber aber auf der anderen seite für andere kann es hier einfach ein klärendes gespräch sein oder dein gegenüber möchte dir etwas erklären möchte dir etwas erzählen hat das gefühl das soll jetzt so sein und das gefühl ist hier so das wird alles wieder auf vordermann bringen das wird wieder alles vielleicht sogar retten dass das bringt uns wieder näher zusammen du siehst das hier ja denn gegenüber hat das gefühl dass ihr wieder näher zusammen kommen werdet dass ihr vielleicht wenn ihr euch getrennt habt oder wenn da irgendetwas zwischen euch war oder ist was wirklich nicht so angenehm ist dass ihr vielleicht in freundschaft wieder aufeinander zu kommen werdet so ein gefühl hat dein gegenüber dass das möglich ist dass es auch so sein soll er will das unbedingt hier hier der starke innere wille aber so gedanklich ja ich habe das hier so ein bisschen dein gegenüber handelt jetzt nicht nach gefühlen sondern dein dein gegenüber hatte das gefühl nach seinem kopf zu handeln also gedanken die umgesetzt werden so das gefühl haben dass das besser ist als wenn man sich nur von gefühlen leiten lässt denn vielleicht hat sich dein gegenüber irgendwie in der vergangenheit von seinen gefühlen leiten lassen und das ist nicht gut geworden das war nicht gut und deswegen eher was man sich so denkt weil ich habe das hier so dass dein gegenüber sich erst mal hier von den gefühlen so ein bisschen abgeschnitten hat ja vielleicht war da so ein bisschen chaos in den gefühlen und da gegenüber hat hier das gefühl dass ihr wieder zusammenkommen könnt vielleicht eventuell erst mal nur freundschaftlich aber dann wird mehr daraus werden ja vielleicht fragst du einfach nach einem freund kann auch so sein aber für die meisten denke ich hier ist es eine romantische angelegenheit vielleicht aber auch etwas familiäres kann auch so sein ja dann gegenüber hat das gefühl mit dir sprechen zu sollen und dann kommt ihr wieder zusammen dann seid ihr wieder gut miteinander auch wenn es erst mal so ein bisschen freundschaftlich ist ich werde hier noch eine karte drauf legen ja man kann alles noch mal von neuen beginnen ja dann das da ist dadurch ist dann mit dieser freundschaft mit dieser versöhnung kann auch eine versöhnung sein ja versöhnung hier dann kann hier etwas wieder miteinander begonnen werden von neuen an auch jetzt dich für sich gewinnen so ein bisschen bezirzen so ein bisschen wieder dich ja so umgarnen dich so ein bisschen um werben ja damit damit du wieder gut zu sprechen bist vielleicht auf dein gegenüber ja vielleicht so oder dein herz ihm wieder so ein bisschen vielleicht öffnest sein gegenüber hat das gefühl dass das hier alles möglich ist ja durch diese kommunikation auch wenn es viel schwierig ist das sind so die gefühle jetzt kommen die gedanken von deinem gegenüber über dich eure verbindung dann kommt die zukunft der zukunftsausblick ja die gedanken gut die zwei der schwerter ja dein gegenüber ist hier sehr sehr stark in gedanken über dich denkt an dich kann man auch sagen ständig und dieser rückzug oder dieses sich ein bisschen zurückziehen oder sich ein bisschen zurückhalten oder im zaum halten ja das ist deswegen so damit man hier alles noch mal irgendwie überdenken kann ja vertieft in gedanken über dich also dein gegenüber denkt kann man schon so sehen ständig an dich und man sieht hier die zwei vöglein hier oben also die zweisamkeit also dein gegenüber denkt über eure zweisamkeit nachdenkt darüber nach wie man dich erobern kann wie man an dich herankommen kann dein gegenüber möchte unbedingt an dich herankommen an dich herantreten dir näher kommen und zwar schnell das soll schnell sein deswegen hier auch dieser neu beginn ja dieses neue sich von einander also einander neu kennenlernen an einander neu entdecken ja also die sechs der stäbe dann der mond ja man hat ein bisschen aber angst bedenken mit so ein bisschen unsicherheit aber die herrscherin ja und die achte münzen sehr schön also dein gegenüber denkt hier dass du hier die herrscherin bist du bist vorherrschend in seinen gedanken dein gegenüber denkt fast nur noch an dich und wie man dich wieder vielleicht wieder dich für sich gewinnen oder überhaupt dich für sich gewinnen dass du wieder da bist man hat aber auch hier ängste sorgen probleme damit also man ist sich unsicher sagen wir mal so man schmachtet und ist sich unsicher ob du überhaupt noch bereit bist ob du ihn oder sie willst ob das überhaupt noch möglich ist ob hier nicht schon alles verloren ist ja und man ist aber man denkt man kann das hier schaffen mit dem mond man kann diese hürden überwinden man kann sich zusammenreißen die ganze energie bündeln und daraus was cooles was schönes was angenehmes machen ist aber harte arbeit notwendig das denkt dein gegenüber jetzt ist meine aktivität angesagt ich soll jetzt was tun ich muss jetzt was tun ich werde jetzt was tun das denkt dein gegenüber und ich bin bereit sehr viel zu geben alles zu geben den fokus komplett auf dich und unsere verbindung zu geben also der fokus liegt auf dir und der verbindung komplett total ja und deswegen vielleicht dieses überlegen wie man wie man das alles irgendwie so hinkriegt beim gegenüber ist hier auch ein bisschen so am zweifeln ja das sieht man schon ist sich nicht ja ist sich dir nicht sicher als gegenüber denkt nicht ja kein problem du bist meins ne 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 das ist hier so oh mein gott wirst du noch überhaupt mich haben wollen wirst du überhaupt noch empfänglich für mich sein möchtest du diesen neu beginn ich bin mir total unsicher welche schritte ich denn jetzt überhaupt noch machen soll damit das alles hier klappt aber ich bin bereit ich bin bereit alles zu investieren ich bin bereit hier hart zu arbeiten für dich für uns für diese verbindung weil du hier die herrscherin bist du bist hier die herrscherin für deinen gegenüber das ist hier jemand der natürlich stark ist also dein gegenüber sieht dich als eine sehr starke persönlichkeit eine sehr starke person jemand der weiß was er will also dein gegenüber denkt hier du weißt was du willst und willst du mich überhaupt noch ist es hier noch möglich ist es hier vielleicht noch zu retten ja das sind die gedanken ja das sind die gedanken die gefühle wenn gegenüber hat hier das gefühl dass es noch möglich ist aber die gedanken das ist so naja ich weiß nicht und mit dir ist hier alles möglich du bist jemand der sehr viel erreicht hat im leben sehr viel noch erreichen kann im leben sehr viel noch erreichen wird im leben so sieht dich dein gegenüber dein gegenüber findet das mit dir hier eine wunderschöne entwicklung noch passieren kann dass ihr eine feste partnerschaft haben könnte zum beispiel dass ihr zusammenkommen könnt dass ihr zusammen sein könnt aber du dass das hängt von dir ab so denkt dann dein gegenüber also wenn du willst ja wenn du willst dann ja also ich bin bereit aber willst du so das sind die gedanken von deinem gegenüber weil ich möchte ich möchte dich in meinem leben haben ich möchte mit dir irgendwie erfolg erleben erfolg in dieser ganzen situation und du bist für mich ja das kommt hier natürlich so ein bisschen ein bisschen über die karte nicht du bist für mich der jackpot du bist du bist du bist es du bist es aber ich bin mir nicht sicher ob dieser neuanfang noch irgendwie möglich ist auch wenn ich hier alles gebe willst du mich noch das sind so die gedanken ja und jetzt zukunftsausblick für euch beide der page der stäbe aha ein angebot ein direktes angebot an dich du dein gegenüber wird direkt konkret auf dich zukommen dein gegenüber wird das schnell machen plötzlich überraschen kann das auf dich zukommen dein gegenüber wird hier definitiv auf dich zukommen und zwar als würde er so ja ich habe hier so ein bild als würde so du läufst durch die gegend also du läufst vielleicht in einem park oder irgendwo so entlang und das sind so das ist so ein gebüsch ja und dein gegenüber springt auf einmal aus diesem gebüsch und so hier bin ich ja mit ich sehe das hier mit einem geschenk in der hat mit einem präsent oder sogar mit einem mit einer blume mit einem blumenstrauß und dieses geschenk dieses präsent das ist hier sowas wie ein angebot für dich das kann wirklich so sein dass dein gegenüber auf einmal vor dir stehen wird mit etwas in der hand was er oder sie dir geben möchte muss aber nicht das kann auch etwas sein das kann symbolisch für etwas stehen was dein gegenüber dir geben möchte überreichen möchte ja also er oder sie wird auf dich zukommen das ist die zukunft überraschend plötzlich und wird dir etwas vielleicht sogar abenteuerliches vorschlagen was so noch nicht da gewesen ist weil das soll ja neuanfang sein das soll irgendwie so neu alles aufgerollt werden alles neu beginnen und deswegen hier etwas außergewöhnliches ich habe das hier so dass dein gegenüber wird irgendetwas außergewöhnliches machen etwas sehr außergewöhnliches wird dein gegenüber machen damit du wieder interessiert bist damit du wieder willst ja das ast der kälte und das wird sozusagen die chance für die liebe sein also ihr werdet die chance von oben bekommen für füreinander ich weiß ja nicht in welchem verhältnis ihr zueinander steht jetzt momentan wo ihr steht ja aber ich habe hier eine chance für die liebe eine riesengroße chance für die liebe und die kann überraschend kommen da kannst du überrascht sein da kann sogar dein gegenüber überrascht werden und das hat hier das kann hier einen wunderschönen lauf nehmen eine wunderschöne entwicklung nehmen anders ich habe das hier anders ganz anders es wird ganz anders sein und das sind nicht die gedanken und gefühle von deinem gegenüber sondern dass das kommt von oben ja das kommt einfach diese das wird anders sein mit euch beiden das soll ich dir hier sagen und ich habe die fette dicke fette chance für die liebe ja und hier das auf dich zukommen also dein gegenüber möchte hier auf jeden fall dass sich das weiterentwickelt mit euch oder überhaupt entwickelt mit euch dass ihr die liebe füreinander spürt aber auch soll das sehr dynamisch sein und auch abenteuerlich vielleicht so ein bisschen und das wird auch so sein ja denn ihr ich habe das hier so ihr sollt zusammen sein ihr sollt das nochmal vielleicht oder überhaupt versuchen diese liebe diese schmetterlinge diese gefühle diese überwältigenden gefühle sollen gespürt werden diese starke leidenschaft soll fühlbar sein für euch beide und das wird auch so kommen das zeigen mir hier die karten das ist der zukunftsausblick und wie wie du gesehen hast dein gegenüber will die frage ist ob du willst ja weil die chance ist da die möglichkeit ist da das kann sich sehr schnell prächtig mächtig entwickeln denn du willst weil du bist die herrscherin ich bedanke mich bei dir ganz ganz herzlich dass du hier bei mir warst dass du dir diese legung angeschaut hast wünsche dir einen schönen tag einen schönen abend eine wunderbare wundervolle kommende zeit vielleicht bis zum nächsten mal namaste